Wenn ihr errät, wie viel Pfand hier drin ist, dann kriegt ihr das ganze Geld. Hey, ist doch voll easy. Wollte ich nicht so früh, du Kind. Absolut, was schätzt du? Wie viel Pfand ist es? Ich glaube, 15 Euro. Adam hat schätzen studiert. Adam, wie viel Pfand ist es? Ich heiße Dr. Adam Winzens. Herr Dr. Adam Winzens, was denken Sie, wie viel Geld hier rumliegt? Wow, 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 jetzt zeichnet Mandolas in die Luft. 100 Euro. Herr Winzens, machen Sie die erste Flasche rein. Herr Dr. Adam Winzens. Herr Dr. Adam Winzens, ich mache jetzt die erste Flasche rein. Wir haben kurz technische Probleme. 100 Euro. Adam, da steht 1 Euro. Der erste Sack ist leer und wir haben schon 5,75 Euro. Ich werde safe gewinnen. Meine Flaschen würde ich gewinnen. Eigentlich sollst du sagen, vertraut mir, ich kenne meine Flaschen. Wenn Dr. Adam Winzens etwas sagt, dann ist es richtig. Der zweite Sack ist leer und hier kamen 6,71 Euro raus. Insgesamt haben wir 23,71 Euro gemacht und der Gewinner ist... Halt mal kurz. Adam! Ja! Willst du noch jemanden grüßen? Fortnite. Noch jemanden? Mois Abi. Mois? Wir sind nicht so. Ich muss nur noch die Flasche rein.